Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Test von mir. Heute gibt es zu sehen die Adrenalin Bomb von Leslie, eine Neuheit 2014-2015. Ich würde sie euch gerne zeigen. Ich habe es leider schon getestet und habe davor vergessen sie abzufilmen. Deswegen gibt es jetzt nur den Cartoon. Dieser Knallkörper hat eine NEM von 93 Gramm beziehungsweise was heißt Knallkörper. Im Prinzip besteht es ja aus ganz vielen kleinen Ladycrackern. Ihr seht das gerade, wenn wir arbeiten. Außen an der Innenwand entlang führt eine Stoppine im Kreis und dort sind lauter Ladycracker angeordnet auf beiden Seiten der Stoppine, die in der Mitte entlang führt. Im Prinzip zünden die gleichzeitig, fallen unten raus und es ist ordentlich laut. Ihr werdet es gleich sehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Test und beim nächsten Mal gibt es wieder eine Videovorstellung. Okay. schonmal? Bis zum nächsten Mal.